So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet und heute kam noch ein Paket, was, glaube ich, immer noch zu den Geburtstagsgeschenken zählen soll. Das ist vom NetGhost und jetzt guckt euch das mal an, wenn das hier hochkommt, wie groß das ist, wie lang das ist, das geht immer weiter. Das ist das Riesenpaket vom NetGhost. Adi, wir müssen wieder so tun fürs Thumbnail, dass wir da ein super Bild haben. Das Riesenpaket vom NetGhost. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufmachen soll. Ob man da jetzt... Wir machen es einfach hier auf. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das sieht aus wie hier... Das ist so ein Standgebläse, genau, zum Kühlen, Abkühlen, wie ein Ventilator, nur ohne Ventilator. Das ist halt so für den Sommer. Da macht es den Raum ein raumerfrischer, ein Luftbefeuchter. Ein... Ich habe keine Ahnung, was er da wieder bestellt hat. Das ist auf jeden Fall aber nur der Karton, hoffe ich. Machen wir jetzt mal hier auf. Gucken jetzt mal hier rein, was wir hier haben. Wir haben erst mal Verpackungsmaterial. Das ist schön. Da freut sich der Adi wieder, wenn wir hinten den Schwanz so einfühlen können. Dann haben wir hier ein T-Shirt. Ich habe ein T-Shirt in diesem Paket. Das machen wir auch mal auf und gucken mal hier rein. Ein T-Shirt, wo draufsteht, sagt mir nicht, was ich zu machen habe. Du bist nicht meine Katze. Das ist ja... Sagt mir nicht, was ich zu machen habe. Du bist nicht meine Katze. Richtig cooles Design. Richtig schön. Der Brustkorb ist komplett voll. Alles Schrift, alles hier drauf. Schön edles Weiß. Das ist ein Blickfang. Guck dir das mal an. Egal, was da draufsteht, schon alleine vom Design her. Finde ich das richtig schön. Sag mir nicht, was ich zu machen habe. Du bist nicht meine Katze. Adi, das geht um dich. Adi ist schon wieder weg. Dann haben wir hier weiter. Einfach Verpackungsmaterial. Das kann man ja mal hier rein tun. Und hier haben wir Berliner Luft. Schüttel mich, dann glitzer ich. Maßvoll genießen.de. Pfeffer-Minzlikör mit Bananen-Flavor. Iiiiih. Pfeffer-Minzlikör mit Bananen-Flavor. Schüttel mich, dann glitzer ich. Da hat er mir, glaube ich, ein Video geschickt und gezeigt, wie das aussieht. Das sollen 24 Stück drin sein. Die werden wir mal extra testen bei Ramses Kitchen. Glaube ich. Ansonsten Banane. Ich bin ja eigentlich ein Bananen-Fan. Ich bin ein Bananen-Freund. Aber in letzter Zeit haben wir schlechte Erfahrungen mit Banane gemacht. Deswegen wusste ich nicht mehr. Handmade with for the blau.de. Was das ist, weiß ich nicht. Handgemacht mit for the blau.de. Hier ist irgendwas draufgeklebt. Wo ist jetzt die Schere hin? Adi, Schatz. Die Schere ist weg. Die Schere ist hier oben. Adi, Schatz. Pass auf. Der Adi sitzt ganz brav. Auf. So. Einmal raus. Nochmal raus. Was mich ziemlich irritiert gerade. Einmal hier auf. Haben wir hier reingeguckt. Das ist eine Tasse, oder? Eine Tasse. Und in der Tasse ist noch Bitteschön. In der Tasse ist Haribo drin. Hier ist eine Tasse. In der Tasse ist ein Tütchen Haribo. Das legen wir mal hier oben rein. Packen die Tasse mal aus. Und haben einen Trinknapf für Katzenpersonal. Also der hat es auf jeden Fall sehr abgesehen, mich hier zu erniedrigen. Und mich als Sklaven hinzustellen vom Adi. Ein Trinknapf für das Katzenpersonal. Können wir jetzt immer Tee draus trinken. Kakao, Bier. Berliner Luft. Ist alles natürlich möglich. Achso. Ja, was ist das? Jetzt müssen wir mal hier so ein Ding aufmachen. Weil das war ja da oben mit drin. Wenn wir das hier öffnen. Das war da oben mit rangeklebt. Und das ist ein Flaschenöffner. Ein Flaschenöffner nochmal für Katzenpersonal. Den ihr euch an Schlüsselbund machen könnt. Können den mitführen. Tötet mal hier raus. Der glänzt richtig. Der ist richtig hier. So eine Platte. Ist sehr dünn. Aber ich glaube, der hält was aus. Katzenöffner für Katzen. Katzenöffner. Flaschenöffner für Katzenpersonal. Und ist das hier nochmal einer. Mach mal den auch noch auf. Taus sind mal hier eingewühlt und reingemacht. Das ist kein Öffner. Das ist ein, keine Ahnung, Katzenpersonal beim Einkaufen. Das ist also, wenn ihr mal kein Euro habt, könnt ihr das in den Einkaufswagen stecken. Und dann wieder rausziehen. Und dann könnt ihr den auch lösen. Das ist also so ein Einbrecherchip. Als Schlüsselanhänger. Katzenpersonal beim Einkaufen. Ein Trinknapf. Ein Öffner für Katzenpersonal. So eine richtige Seite, wo die alles davon machen und tun. Dann haben wir hier noch ein T-Shirt, wie ich gerade sehe. Ich bin YouTuber. Was ist deine Superkraft? Man, der schickt mir immer so komische T-Shirts. Die kannst du gar nicht anziehen hier. Ich bin YouTuber. Was ist deine Superkraft? Hm. Meine ist, dass ich kein YouTuber bin. Und die Fähigkeit habe, dem ganzen Hype zu widerstehen. Und keine Videos zu verbreiten im Internet. Eine Flasche Carpe Diem Kombucha Classic. Das ist das, wo mir der Bo eine Challenge gemacht hat. Ich das nirgendwo gefunden habe. Wir auch keinen DM hier bei uns in der Nähe haben. Genaya mittlerweile eine Flasche davon geschickt hat. Jetzt habe ich eine zweite Flasche davon. Vom Kombucha. Kombucha. Aber wenn das schmeckt, wieso nicht? Oder beziehungsweise kann man es dann auch bei anderen Leuten andrehen. McDonalds Strümpfe. Guckt ihr das mal an. Strümpfe von McDonalds. Diese weiß-gelben mit den Pommes-Symbolen drauf. Das ist richtig genial. 40 bis 44. Ist ein bisschen klein vielleicht. Aber die lassen sich doch bestimmt dehnen. Und die kann man verlängern. Normalerweise habe ich die 46. Gucken wir mal, was passiert. Dann haben wir hier eingepackt eine Mumie. Und wenn wir diese Mumie auspacken, haben wir hier drin, das kann weg, einmal hier hin für den Katz, nochmal ein Berliner Luftgläschen. Diesmal nicht die kleinen Gläschen, sondern ein richtig großes Trinkglas. 0,2 Liter. Also 200 Milliliter Trinkglas. Berliner Luft. Ich kann theoretisch alles bei mir weghauen. Ich mache nur noch Geschirr von Berliner Luft. Das ist krass. Das ist wichtig. Hier nochmal Strümpfe. Diesmal Coca-Cola-Strümpfe mit Coca-Cola-Fläschchen drauf. Und hier eine Rakete zum Jahreswechsel. 41 bis 45. Da scheint schon mal mehr zu gehen. Dann haben wir hier noch was. Sternburg-Hanfradler. Jetzt muss ich das, wie mache ich das denn wieder auf? Jetzt muss ich hier rein schlitzen, wie ein Beklopfter. Gucken, dass ich mir hier eine Öffnung rauszwiebel. Er hat auf jeden Fall aufgepasst, dass das alles gut verpackt ist und nichts kaputt geht. Das heißt, es bleibt jetzt an mir hängen, alles kaputt zu machen. Bruder, ich schwöre, komm doch raus. Das ist zweimal dasselbe. Dann reicht es ja, wenn wir eins auspacken, dann müssen wir uns nicht so abnähern. Das Zweite. Sternburg. Das Assi-Bier. Sternburg. Mit jetzt diesem regenbogenfarbenen Stern. Weil es ist Sternburg-Hanfradler. Kräuterig frisch. Aus Leipzig. Bis 8,22 halbbar. Da muss ich mich aber ranhalten. Irgendwie riecht auch alles kräuterlich, aber ich glaube, das ist der Rest vom Paket. Sternburg-Hanfradler. Habt ihr das schon mal probiert? 56% Erfrischungsgetränk mit Hanfsamen-Extrakt. 44% Sternburg-Bier. Das ist also auch was für Ramses Kitchen. Ich stelle es mal hier unten hin. Das ist dasselbe nochmal. Deswegen lege ich das mal da rein. Ich nehme mal das hier. Weil das ist auch wieder ein Tropfen. Guck mal, das ist da drin. Bist du wieder aufpassen. Boah, das ist ja richtig hier. Es sieht so aus, als würde ich mich hier durcharbeiten. Dabei komme ich kein Stück weiter. So, wir schneiden uns mal komplett hier durch. Machen das mal alles ab außenrum. Jetzt tun wir das mal dahinter. Das ist nochmal eine Tasse, so wie es ausschaut. Ein Tee-Bottich. Ein großer Tee-Bottich. Da ist sogar was. Da ist was dran. V-Serve-Tea. Feines Blend. Dann habt ihr hier drinnen auch nochmal ein Logo, ein Symbol. Ihr habt einen richtig großen Humpen, eine richtig große Tasse. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Das ist aber nicht ein Liter, oder? Und hier noch ein Schildchen dran. Chakult GmbH Hamburg, Germany. Sehr geehrter Kunde, mit diesem Artikel der Marke Chakult erwerben Sie ein außergewöhnliches Stück moderner, hochwertiger Tischkultur mit dem gewissen Etwas. Die Marke Chakult erhalten Sie nur im gehobenen Einzelhandel. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt Ihrer Wahl. Chakult. Kennt ihr Chakult, die Firma für den gehobenen Teetrinker vom Dienst? Da muss ich mal hier hinstellen, nicht, dass das runtergeht. Das muss weg. Vor allem, ich habe mir noch nie eine Tasse gekauft in meinem Leben, glaube ich. Jetzt kriege ich hier zehn Tassen nacheinander. Dann haben wir Tree of Tea, Teeglas, doppelwandiges Teeglas mit Schwebeeffekt. Spülmaschinen geeignet aus Borosilikatglas, hitzebeständig, Mikrowellen geeignet. Das machen wir mal auf. Dann ist die Urne vom Undertaker. Schon wieder ein Glas, ein Teeglas. Schauen wir das mal hier raus. Ich tue das mal auf den Adi draufwerfen. So, Hammer. Toll. Der Körper da sitzt auch hier hin und eigentlich auf da drin rumzukauen. Super genialer Kübel. Da können die jetzt Kekse reintun oder Bargeld verstecken auf dem Schrank. Hier habt ihr ein super doppelwandiges Teeglas. Hier wird es gefüllt und ihr seht, bis nach außen hin habt ihr noch mal eine extra Wand, sodass ihr das trinken könnt. Kochend heißer Tee in der Mitte. Außen ist es kalt, hoffe ich, sodass so richtig schön so ein Bottich, also das ist, ich glaube, da muss ich eisgekühlte Cola mit Whisky und Eiswürfeln rein und dann immer Tee. Sieht auf jeden Fall gut. Da habe ich noch nie gesehen, sowas. Was es alles gibt. Der ist also sehr fixiert auf die Katze und auf Tee und auf Weil wir dich lieben BVG. Das ist, glaube ich, dieses Kühltuch, dieses Kühl, der Kühllappen, das Kühlhandtuch oder so, was er gemeint hatte, mal hat er immer geschickt, dass er sowas hat und das ist jetzt feiert. Das kannst du, glaube ich, das machst du nass. Vielleicht kannst du hier die Brühe reinmachen, machst du das dann nass. Das speichert übelst die Feuchtigkeit. Das kannst du dir dann eigentlich ins Genick legen oder so, umhängen einmal. BVG, weil wir dich lieben. Und wenn du so ein nasses Handtuch hast, dann klatscht dir das hier so drum. Dann kühlt das den Nacken. Das ist einfach, das hat so eine komische Struktur. Das kannst du auch als Fitnessband nehmen. Das ist, glaube ich, zum Abkühlen. Genau. Einmal nass machen. Hier eine Taschenmuh. Einmal nass machen. Dann umhängen. Dann speichert das so sehr. Die Feuchtigkeit kühlt. Dein Nacken. Das dauert so lange, bis das alles verdunstet ist. Dass wenn du unterwegs bist oder draußen immer einen kühlen Kopf bewahrst. Was haben wir hier? Lorenz Chips. Lorenz Limited Edition Grand Chips Fiesta Aioli Style. Ich glaube, die Aioli habe ich noch nicht probiert davon. Die bringen ja immerzu irgendwelche Sonder Editions. Und jetzt sehe ich noch McDonalds Gläser oder was. Jetzt tun wir das mal noch raus. Das tun wir noch raus. Was haben wir hier? Wir haben ein rotes Glas. Ein limitierte X-Mex Edition Coca-Cola Glas von 2021. Limitierte X-Mex Edition Coca-Cola Glas 2021 exklusiv bei McDonalds. Haben wir hier einmal ein rotes. Was wieder aussieht wie so ein Becherkübel mit lauter Schneeflöckchen drauf. Hier ist ein Coca-Cola Schriftzug. Warum löst? Warum macht man das? Warum? Du sammelst sie doch. Ich sammel die doch gar nicht. Ich muss mein Geschirr alles weghauen. Dann haben wir hier fünf zu sammeln exklusiv nur bei McDonalds. Coca-Cola Gläser. Limitierte Edition 2022. Gelb. Weil Gelb ist ja Gelb und ist mein Team und sieht gut aus. Ich dachte dieses genau dieses Gelbe habe ich selber aber auch mir geholt bei McDonalds. Und dann exklusiv nur bei McDonalds Coca-Cola. Ihhh dieses Regenbogenglas. Limitierte Edition BESA 22. Also nicht unbedingt Regenbogen was es mal gab sondern dieser komische was aussieht wie ein Alu-Blech-Kübel aus dem Mittelalter wo ihr draus saufen könnt. Das feiern die Leute. Ich finde den mega hässlich. Und jetzt habe ich dieses mega hässliche Glas. Zu Hause kann das auf den Schrank stellen und jeden Tag wenn ich sehe schlechte Laune kriegen weil es so böse und so brutal aussieht gleichzeitig. Der Rest dürfte jetzt eigentlich nur noch Nähe da habe ich zu früh das ist nicht nur noch da ist sogar noch aber da komme ich gar nicht mehr hin. wir haben hier nämlich zum Beispiel wir haben noch eine Tasse McCaffee jetzt machen wir mal das aufgucken hier mal rein und auch die ist aber schön das ist mal was anderes ich dachte jetzt da kommt einfach nur so eine weiße Tasse aus Keramik und dann steht halt McCaffee drauf so die habe ich schon mal gesehen aber die die ist ja halb durchsichtig da kannst du hier durchgucken die ist ja richtig gläserig und die ist so schön orange das ist so ein kleiner super Becher der sieht spitze aus fände ich mir besser als dieses komische äh mittelalter Glas was da rumfliegt ja Adi was machst du da was machst du da Adi guck mal Adi guck mal warte mal Adi wir müssen das mal ein Stück hier vorschieben und dann zeigen wir haben jetzt hier einmal einmal Dreamies noch für den Adi die da drin sind also wenn die Leute was schicken dann Dreamies dann einmal Dreamies für den Ramses ne schön pikando extra würzig steht sogar drauf für Ramses damit der Ramses weiß dass es für ihn ist und der es nicht dem Adi gibt hier steht da steht drauf für Adi jetzt hätte ich die mir fast mit Milch in die Suppenschüssel rein hier steht drauf für Ramses also da ist er an alles gedacht das ist ja idiotensicher dass der Ramses nicht die Dreamies dem Adi wegnascht ach jetzt bist du wieder da hier nochmal Acosta Sticado Salami Sticks mit Brie richtige Brie Note und hier habt ihr mit Paprika Paprika Brie Paprika verstehst du dann aber nochmal Dreamies für Adi dies sind mit leckerem Rind und die Orangen waren mit Huhn Adi jetzt bist du wieder weg aber ich hab immer noch was wir haben nämlich noch pass auf der Karton ist viel zu groß wir haben noch Dreamies Creamie mit Lachs Dreamies Creamie mit Lachs ist noch da wir haben noch Dreamies mit köstlichem Käse wir haben noch Dreamies Mix mit leckerem Huhn und köstlicher Ente wir haben noch Dreamies für den Ramses mit Hähnchen wieder von Acosta Acosta Sticks mit Hähnchen Acosta Sticks mit Walnuss ich glaub da muss ich den großen Acosta Test machen und einfach alle Packungen mit einmal aufmachen damit einmal essen dann haben wir Dreamies mit schmackhaften Lachs Geschmack und köstlichem Käse wieder der Dreamies Mix für Adi nochmal Acosta Sticks Klassik luftgetrocknete Salami Sticks für den Ramses und ich glaub jetzt sind wir da ist jetzt haben wir noch ein Zettel gefunden die Box ist auf jeden Fall jetzt leer das ist auch weg hier ist noch ein Zettel pass auf alles Gute nachträglich zum Geburtstag sorry dass das Geschenk verspätet ankommt aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht liebe Grüße Mirko Melli und Reiki NetGhost hier auch noch ein Pfötchen bei Reiki das ist ja der kleine süße Hund den er da immer mal zeigt auf Bildern und ihr habt hier den anderen kleinen süßen Hund Adi was hast du wieder für eine Unordnung gemacht hast du gesehen was alles dabei war alles deins alles deins alles deins alles deins steht alles voll hier muss ich alles wegräumen Dankeschön auf jeden Fall NetGhost danke dafür das sind viele coole Sachen dabei gerade auch die T-Shirts und so die man anziehen kann die Trinkbehälter die Gläschen die Würstchen die Chips was für eine Vielfalt richtig tolles Paket richtig tolle Community ich muss es immer wieder sagen der Akku ist gleich leer das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses und euer Ali und euer Ali bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal